Ich bin sehr froh, euch hier sein zu dürfen, hier zu spielen, für euch. Unsere Platte kommt am 1. Oktober raus und es ist der erste Kick von uns für euch, für dieser Platte. Diese Sonne, stell dir vor. Dankeschön. Und jetzt darf man eine gute Zeit haben, oder? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.